Mir Joch mit 3 Euro. Letztens hat unsere Erste gegen Bayern 2 gespielt und Batista Maier hat 2 Meter vor mich... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist der Tag! Es ist der Tag! Es ist der Tag! Ich hab's euch gesagt! Ich hab's euch gesagt, Digga! Ich hab's euch gesagt! Solution und Monte hatten eine Pack-Wette, aber es ging um das Rating und nicht um den Preis. Nee, ja, nicht das Dings. Äh, nicht das Dings. Oh! Ah! 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 F an Danny in die Kommentare. Ja? Red? Hat er was Schlechtes oder was Gutes gezogen? Ja! 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 Gebrochen, der Junge! Er ist gebrochen, Digga! Er verliert vielleicht mit einer Ikone, Digga! Ja! Guckt in sein Melonengesicht! Er ist so gebrochen, er hat sich für einen kurzen Moment so gefreut, Digga! Nein! Zum Beispiel jemand so wie Gelson Martins? Kannst du... Was ist das? Was ist das denn? Was? Ah, der Walkout on! Mo Salah! Halt's Maul! In Form! Let's go! Was? Neunziger! Mo Salah! Mo Salah! Mo Salah! Running down the ring! Holy shit! Let's go! Salah kostet eine halbe Million, Digga! Oh mein Gott, Digga! Game! Nein! 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 Eine gute Idee! Mit den Hannover Trikots habe ich nur Pech! Und der geht jetzt... Krisch! 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 Jawoll! Let's go! Let's gooo! Hops genommen. Direkt, direkt, bitte. Ich kann es verbreitlich aus. Junge, Junge, wir sind zu. 40. Oh, den habe ich schon. Oh mein Gott. Nein. Nein. Was? Das ist der beste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist da, ist da. Schön, die Jungs. Ja, irgendwie so. Ich habe es heute nicht, was selten im Megapack ist. Wahnsinn. Achso, beide. Ja, drin. Oh, was ist das Tor? Ich habe ein bisschen Patrick beobachtet. Heute Morgen schon den Tag. Ich finde den Preis echt okay tatsächlich. Also wenn, 3,6 finde ich echt fair. Aber wir brauchen halt 3 Millionen. Wo zu kaufen? Du bekommst ihn im Pack und machst das dann auf ein... Ja, das ist ein guter Call. Einfach ziehen den Patrick Viehra. Aber ich würde mich auch mit anderen Spielern zufrieden geben. Wir müssen ja nicht gleich die ganze Hand nehmen. Ich würde auch so einen kleinen Finger erstmal nehmen von Yale. Das würde ich nicht Nein zu sagen. Spielst du auf Xbox oder PS? Playstation. PS5 sind wir hier unterwegs. Wie eigentlich... Ja, ich meinte jetzt nicht Viehra als Trainer, aber schon als Spieler meinte ich natürlich. EA hört doch schon wieder zu. Die wollen doch schon wieder reintrollen. Jungs, ich war nie weg. Ich war nie weg. Ich war nie... Wo ist der Clip? Ich habe auch Kavaminga für 2K geholt. Wie heißt der? Genau. Kavaminga. Heißt das auch so? Kavaminga, Kavaminga, Kavaminga. Ist das nicht so weit, dude. Oh. Oh, Melu. Mein Baby. Also dir muss mal einer klippen hier. Weißt du? Ja, Romelu. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Romelu, mein Schatz. Aber sieben Walkouts ist schon mal nicht so verkehrt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Eiken. Eine Eiken. Eine Eiken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich würde gerne einen Longshot mit Kavani machen. Ja, sowas. Sowas meinte ich halt. Superpass. Superpass. Ihr seid, Digga, dass ihr euch nicht schämt. In der Kabine, Digga. Ich hoffe, der Trainer schlägt dich zusammen. Hey, jetzt chill doch mal, Rohat. Also, wenn ihr, wenn, wenn das, wenn, vor der, ähm, ja, ähm, also. Ja, das ist mit beiden Hacken gemacht. Zuerst die linke und dann die rechte oder zuerst die rechte und dann die linke Hacke. Zuck. Zuck. Ja, geil. Klipp mir das mal, Grotte. Du hast mir von hinten den Ball abgenommen. Patzer. Das war ein Patzer. Das war so ein Patzer. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand. 4 zu 2. Nur noch das Horror vor sich. Es geht noch. Willkommen bei FIFA Deutschland. Beim ersten FIFA 22 Video. Alle sagen PSG. Oder warte, wo ist... Waldorf. 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 Warte. Wo ist Willi? Wo ist Willi? Ja, okay, Digga, er geht nicht. Seine Nummer ist 0175. 5. 7. 7. 5. 1. 5. Ich nehme PSG. Oh, er ruft an. Nein. Mein Lieber, ich konnte gerade aussuchen, welches Wappenverein-Logo ich nehme. Und dann war da einfach Waldhof? Aha. Was? Du hast dich aber dagegen entschieden. Ja, weil du nicht rangegangen bist. Und ich habe dich in einer Minute zurückgerufen. Nee, das waren 10 Sekunden. Aber ich bin direkt auf PSG gegangen. Du bist der Beste. In welchem Discord bist du? Bei uns sind wir im Discord. Ja, bei uns. Okay, ihr seid echt cool. Ich komme später vielleicht einfach mal dazu. Ja, nee, weiß ich nicht. Wir brauchen erst mal eine Einladung. Rufe mich dann nochmal lieber an. Oh, 6. 4. Welcome. Van Dijk. Van Dijk. Ja. Van Dijk, Digga. Was ist es für sie? Ja. 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 Junge ist der krank. Holy shit, Digga. Adama. Der wird schon wieder absolute Meta sein. Guckt ihn euch an. Adama ist jetzt schon wieder der beste Spieler auf dem ganzen Platz. Was? Ey, Mann. Adama. Für den ersten FIFA-Teil direkt mit einem Türchen startet. Das ist es für sie. Auf der Workout. Nein, nein. Was? Was? Sadio stand einfach auf Sadio? Ich bin... Okay, Schwitzer-Bodus. Waaas? Ja. Ah! Wenn das Game raus ist, denke ich, okay. Kevin Terro, Pinoc, Silberstar. Terrode! Den habe ich ja gar nicht gesehen. Simon, ja, ey! Simon, Terrode, Fußballgott! Oh! Waaas? Ja. Ja. Was ist das? Haaland! Haaland, oh mein Gott, oh mein Gott, Junge, du bist so ein Goldfinger, Mann. Ich dachte, wer ist das, Junge? Ich habe es auch nicht erkannt, ich dachte mir, das ist dieser Hernandez, diese Ikone. Ich dachte, Motrich ist in so einer Drecksfriese. Ja, das stimmt, Motrich ist auch Walkout. Ich dachte, Motrich ist der Ekelhafte. Ich weiß nicht mehr, aber... Ich dachte, Idein. Und dass ich das mal da war.